Leute, heute habe ich die gesamten Perks für alle Legenden, viele davon bestätigt, die meisten sind aber leider nur geleakt, geht also davon aus, es könnte eventuell noch irgendwas sein, was sich ändert und ich sage euch bei bestimmten Perks auch, wo ich sie schon mal anders gelesen habe, kurz vor Release von Season 20, aber die Quelle ist sehr, sehr zuverlässig, geht also davon aus, dass das soweit passt. Ich habe die Listen komplett als Screenshots bis auf Gibi und Bloodhound, da lese ich euch das nur vor, bei den anderen könnt ihr das auf Deutsch und den meisten auch auf Englisch mitlesen. Wir fangen an mit Gibi auf Stufe Blau, das kennen wir schon, das ist auch bestätigt, du kannst ein Teammate wieder hochheben mit 40 Lebenspunkten extra für dein Teammate oder Auto-Reload on Shotgun und das ist meiner Meinung nach wahrscheinlich eine der krassesten Perks in dem gesamten Perks-System. Im letzten Video habe ich noch gesagt, dass ich das jetzt nicht so spannend finde, ich bin kein Shotgun-Spieler, aber stell dir vor, du hast die Eva-8 und ein Gegner nach dem anderen aus einem Spot kommt auf dich zu, vielleicht nicht alle gleichzeitig und dann brauchst du hier einfach nur gedrückt halten, die Eva-8 ist vollautomatisch, du machst den ersten Knock, dann sind wieder 8 Kugeln in deinem Magazin und dann kommt der nächste und so weiter, muss ich glaube ich nicht weiter erklären. Das ist absolut krank, geht also auch hier von Justierungen aus, wenn das vielleicht in Richtung OP gehen könnte. Dann haben wir auf Stufe Lila eine Baby-Bubble, die ist deutlich kleiner, die Cooldown-Zeit wird aber dafür verkürzt oder die normale Bubble hält 4 Sekunden länger. Wir kommen zu Blood-Down, die taktische Cooldown wird reduziert, Punkt 1, oder wenn du den weißen Raben jagst oder scannst, sagen wir es, lädt das deine Ulti auf. Hier ist aber nicht ganz klar, ob es komplett aufgeladen ist oder einfach nur du einen Extra-Charge oben drauf kriegst. Dann haben wir auf Stufe 3 25 Lebenspunkte, die du bekommst, wenn du in deiner ultimativen Fähigkeit jemanden knockst. Das finde ich extrem krass für Blood-Down und dann hast du als letztes einen doppelt so langen Full-Body-Scan, auch nicht schlecht. So, dann fangen wir an mit den Bildern, die ich für euch habe. Aber wir fangen an mit Lifeline. Also die ersten beiden, die ich nenne, sind immer auf Stufe Blau und die zweiten danach, das ist immer Stufe Lila. 20% Revive-Speed oder minus 10 Sekunden taktische Cooldown. Minus 10 Sekunden taktische Cooldown ist extrem genial für Lifeline. Dann finale Stufe, Self-Revive, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Das sind bestätigte Fähigkeiten. Also du hättest da ein goldenes Knockdown und kannst dich selber hochheben. Oder der nächste Supply-Drop, deine nächste ultimative Fähigkeit ist ein Care-Package. Und das finde ich auch extrem krass, weil es... Achso, übrigens, habe ich nicht drüber gesprochen im letzten Video. Es hieß nämlich, es sind alle Care-Package-Waffen draußen. Es ist nur noch die Kraber und die... Oder der Bokek-Bow, Bojack-Bow, was weiß ich, wie man es ausspricht. Die EVA-8 soll ins Care-Package und das ist sehr, sehr gut. Denn der Perk mit dem Auto-Reload und Shotgun ist auf der EVA-8 wahrscheinlich das Krankeste, was es gibt. Deswegen bin ich froh, dass dieses Teil im Care-Package landet. Und die Wingman kommt raus. Hatte ich letztens nicht drüber gesprochen. Was haben wir noch? Dann sind wir bei Fuse. Er bekommt keine Slowdown-Effekte, wenn er von irgendwas getroffen wird. Egal ob Schüsse, Granaten und so weiter. Finde ich cool. Und 50% weniger Schaden von ultimativen Fähigkeiten. Dann haben wir... Er kann Granaten und Co. durch Wände und Deathboxen sehen. Oder finale Stufe, minus 25% Explosiv-Schaden. Oder du bekommst einen Speed-Boost, wenn du einen Knuckle-Hitest. Sehr, sehr stark Konduit. Du siehst, bevor du in eine Deathbox guckst, schon die Anzahl der Batterien in der Deathbox. Oder der Radius deiner ultimativen Fähigkeit wird größer. Also jede einzelne Titan-Batterie hat einen größeren Radius. Jetzt nicht so spannend. Wohl doch schon irgendwie. Mal gucken. Und die finale, eine taktische Ladung mehr. Dafür hält das Überschild 50% kürzer. Oder du hast 15% höhere Range auf deine taktische. Also Konduit klingt allesamt nicht ganz so spannend. Gott sei Dank. Rampart, minus 20% Cooldown auf die Ulti. Oder einen extra Stack Munition. So wie bei den Angreifer-Legenden finde ich keine schlechte Sache. Oder du hast ein besseres Handling mit Sheila und Spin-Up-Zeit. Das geht alles ein bisschen schneller. Als wäre das nicht schon krass genug. Oder schnelleres Nachladen mit Sheila. Auch in End-Covers. Also die haben wir weg. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was denkt ihr, was sind so die krassesten Perks, wenn ich hier durch bin. Watson revived ein Teammate mit 50 Lebenspunkten. Sehr, sehr stark wie ich finde. Die ultimative Fähigkeit spawnt Arc-Stars, wenn du dich irgendwo verkämpfst. Keine schlechte Sache. Hier ist aber nicht ganz klar, ob das über Zeit mehrere Arc-Stars respawnt oder nur einen. Kann ich euch leider nicht sagen. Oder finale Stufe Double HP. Also du bekommst, also da bin ich nicht ganz sicher, ob das heißt, ob der ultimative Mast doppelt so viele Lebenspunkte hat. Oder ob du auf dein Schild doppelt so schnell wieder Lebenspunkte bekommst. Das weiß ich nicht so richtig. Also doppelt so schnelle Lebenspunkte wäre schon geil aufs Schild. Und hält halt auch doppelt so lange, wie es aussieht. Oder du kannst zwei Maste hinschmeißen. Und wenn du das verbindest mit den Arc-Stars-Spawns, kann schon eine freche Nummer werden. Also es ist eine absolute Camper-Geschichte, wie ich finde. Valkyrie, du fliegst mit deiner ultimativen Fähigkeit höher. So wie es wahrscheinlich am Anfang zu Release von Valkyrie war. Dann haben wir verbessertes Handling im Jetpack. Oder wir haben einen höheren Wirkungsbereich. Mein Gott, Wortfindungsstörung für die Raketen. Oder du hast plus 25% Jetpack-Auffüllung. Also das sind zwei Perks dabei, wo ich sage, so war Valkyrie zu Release. Also irgendwo ist eigentlich schade. Wie ich finde, Krypto, reduzierte Cooldown auf die Drohne. Oder reduzierte Cooldown auf die ultimative Fähigkeit. Finale Perks plus 50% passive und ultimative Range. Das ist echt effektiv. Also 50% erhöhte EMP oder eben Scannen für die Drohne. Das ist schon echt eine heftige Sache. Oder du callst ein Squad, was sich im Wirkungsbereich der Drohne befindet. Macht das nicht Krypto sowieso? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, du bekommst immer nur ein Scan-Feedback. Bangalore finde ich interessant. Und, okay, das erste jetzt nicht ganz so spannend. Du kannst Granaten und so durch Wände oder in Deathboxen sehen. Das zweite ist eher interessanter, denke ich. Minus 25% ultimative Cooldown. Und jetzt wird es eigentlich interessant, die finalen Perks. Auto-Ping Enemies who triggered passive. Das heißt, wenn ein Gegner auf dich schießt, der dich vielleicht trifft oder auch nicht. und du deine Double-Time bekommst, pingt das den Gegner. Du weißt quasi, wo es herkommt. Und jetzt kommt's. Regenerate HP Inside Smoke. Also du regenerierst Lebenspunkte, wenn du in deinem Smoke stehst. Und da der Smoke doch schon ein Stück lang hält, wenn der zu Ende ist, du vielleicht noch mehr Smoke dir da hinschmeißt. Das ist schon echt heftig. Wie schnell man sich regeneriert, keine Ahnung. Vielleicht so schnell wie Octane, wenn er sich passiv regeneriert. Das müssen wir mal sehen. Und hier gab es schon mal einen Lieg, den habe ich vor ein paar Tagen erst gesehen. Das ist ein Kanister mehr, dass quasi der Wirkungsbereich des Smokes einfach ein bisschen größer ist. Müssen wir mal abwarten, ob sich da noch irgendwas ändert. Das ist ähnlich wie bei der mobilen Version sozusagen. Aber Bang wird meiner Meinung nach sehr interessant. Mad Maggie. Wir haben Tactic Charge. Du hast eine taktische mehr. Dafür hält die nur 25%, also ist 25% kürzer. Oder der Wirkungsbereich ist 1,5 mal größer, also tiefer und weiter. Auto-Reload Shotguns und Nocks macht bei Mad Maggie einfach nur Sinn, weil sie Affinität zu Shotguns hat. Das könnte echt finster werden bei Mad Maggie. Und natürlich die Fire Wrecking Ball, habe ich schon erzählt, die knallt ein paar Mal auf. Und dann gibt es eine V-förmige Thermit. Das ist definitiv bestätigt, das kann ich euch sagen. Revive, ach so Mirage, Revive Teammates mit Lebenspunkte Regeneration. Das heißt, es ist nicht wie bei Watson oder bei, war es bei Gibi, 40 Lebenspunkte oder 50 bei Watson. Du regenerierst deine Lebenspunkte, wie hoch, wie weit, alles abzuwarten, kann ich euch leider nicht sagen. Oder die ultimative Fähigkeit, haut ein Decoy mehr raus. 30 Sekunden weniger Cooldown, sehr effektiv für Mirage, wie ich finde. Finale Perks haben wir. Eine taktische Aufladung mehr, kannst quasi zweimal bambooseln nacheinander, wenn du es aufgeladen hast. Und die letzte Fähigkeit finde ich auch sehr stark, wenn ein Bamboosel funktioniert, also ein Gegner drauf reinfällt, bekommst du sofort eine neue taktische Aufladung. Das ist auch sehr, sehr stark, wie ich finde. Dann haben wir Pathfinder. Kannst du entweder aussuchen, ob den Survey Beacon oder eine Ringkonsole scannen willst. Wird Pathfinder meiner Meinung nach seiner Rolle als Pfadfinder wieder gerechter, wie ich finde. Reset Tactical on Nox. Du hast quasi wieder einen frischen Grapple, wenn du jemanden Nox sehr, sehr stark. Und die letzte ist Tag Less Damage, Tag Attack. Du bekommst weniger Schaden, wenn du an einer Zip Line hochfährst, langfährst. Hier habe ich auch schon den Leak gehört, dass du gespannte Zip Lines von Pathfinder abreißen kannst. Müssen wir mal gucken. Ich glaube aber eher der Geschichte, aber abreißen wäre auch eine coole Sache. Wenn du deine eigene Zip Line wieder abreißen könntest, dann mit Gegner, die vielleicht nicht benutzen, würde ich geil finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir Newcastle 250 Lebenspunkte mehr auf sein Mobile Shield Increase. Mobile Sheet Speed, also das Schild kannst du schneller bewegen. Oder die finalen Perks, Revive Alleyes, also Teammates mit Lebenspunkt der Regeneration oder mehr HP. Und auch diese Energie an diesen Wänden hält länger. Also wenn du einen Schock-Effekt, ihr wisst, was ich meine. Ich komme mir schon wieder ins Stottern. Also ich finde das Perksystem, auch wenn das einige nicht so feiern, das macht ein komplett anderes Spiel aus der ganzen Geschichte. Und ich finde es einfach Hammer. Wir haben es hier. 25 Meter mehr passive Reichweite und auch taktische Reichweite. Du hast schnelleres Movement Speed, wenn du die passive benutzt oder die letzten beiden Perks. 1,5 Sekunden mehr Dauer für den Scan hält länger oder 20 Meter. Plus, du kannst die ultimative Fähigkeit weiter werfen. Das ist ebenfalls wie so ein Reset. Hier konnte zum Release das Ding relativ weit schmeißen. Das konnte dann jetzt nicht mehr. Da haben sie sich leider so ein bisschen mager an Ideen bedient. Und einfach den Originals hier wieder ein Stück weit rausgeholt. Meiner Meinung. Egal. Catalyst. Du kannst einen weiteren Spike aufladen. Hast du dann drei, glaube ich, wenn ich mich nicht erörter. Ich spiele Catalyst so gut wie nicht. Dann kannst du die Spikes weiter werfen. Ebenfalls so ein Ding, die konntest du von Anfang an relativ weit werfen, wurde dann genervt. Wir haben... Die Lebenszeit von ihrer Ult wird entweder verlängert oder verlängert im Sinne von die Länge der... Wie weit von Punkt A zu Punkt B die ultimative Fähigkeit geht. Meine Fresse. Ballistik. Can reveal Care Packages. Nicht spannend. Also du kannst Care Packages ausfindig machen. Munition in Deathboxen sehen. Boah, das ist wirklich einer der langweiligsten Perks. Klar kommt es oft mal vor, dass du Munition brauchst und dann in eine Deathbox gehst und dann siehst du... Fuck, habe ich... Es ist leer. Schade. Ähm, naja. Eine taktische Aufladung mehr. Finale Perks oder Smart Bullet Duration trippelt. Smart Bullet Duration. Duration war verlängert. Also... Du kannst dreimal so lange überhitzen, wenn du getroffen wirst. Also bis dieser Overheat weggeht, äh, musst du dreimal so lange rumrennen, bis das wieder runtergefahren ist. Das ist natürlich echt heftig. Wir haben Vintage. Gain Access to Ring Consoles. Sie kann also Ringkonsolen scannen. Das kann ich euch leider nicht sagen, was das bedeutet. Was heißt ein Essel? Beschleunigung. Ulti-Sniper sollte klar sein. Ash. Ash finde ich auch sehr, sehr interessant. Nach einem Squad Vibe siehst du das nächstgelegene Squad in der Nähe. Ähnlich wie bei Bloodhound und seinem Weißen Raben. Marked for Death Reveals for 60 Seconds, also gekennzeichnet für Todesenthüllung für... Ich weiß euch nicht, wie ich euch das jetzt genau erklären soll. Also diese Markierung hält 60 Sekunden lang. Arc Snare. Das fände ich sehr, sehr... Da wüsste ich nicht, was ich wählen sollte. Live, wenn du das Video siehst, schreib rein, welches ist dein favorisierter Perk bei dem Finalen auf Lila. Arc Snare. Du kannst quasi mit deinem Arc Snare mehrere Gegner fesseln, nicht nur einen. Oder du bekommst einen zweiten Arc Snare. Geil. Ist wirklich geil. Aber ich glaube, ich tendiere eher zu zwei Aufladungen, falls die Mates einfach zu weit auseinander sind. Also die Gegner. Das klingt aber echt interessant. Horizon. Kannst du ebenfalls Granaten und Co. durch Wände sehen oder in Deathboxen. Du kannst Munition in Deathboxen sehen. Das sind beides extrem langweilige Perks. Dann hast du reduzierte Cooldown auf die taktische oder minus 14% Cooldown Reduzierung auf Ultimat. Also ich muss sagen, Horizon ist die langweiligste Legende, was die Perks betrifft. Absolut schwach, wie ich finde. Das macht auf jeden Fall Horizon nicht spielenswerter. Das finde ich sehr schade, dass da nicht irgendwie ein Double Lift oder sowas, keine Ahnung, wäre ganz cool gewesen. Low war auch sehr, sehr interessant. Erhöhte Reichweite auf ihrem Black Market. Oder einen extra Slot in deinem Schwarzmarkt für dich. Oder die finalen Perks. Reduzierte Cooldown auf deinen Teleport. Oder höher und weitere Reichweite für deine taktische. Ebenfalls sehr, sehr interessant. Also Low war auf jeden Fall absoluter Gewinner für das ganze Perksystem. Revenant. Reduzierte Abklingzeit für die taktische. Dann haben wir Squad Vibe. Zeigt das nächste Squad in der Nähe an. Blatter und Ulti, also weißer Rabe-Fähigkeit. Full Sand. Minus 20% Tactical Charge Time. Also 20% weniger Aufladungszeit. Und Kill Thrill Tactical Refresh on Knocks. Deine taktische ist wieder voll, wenn du jemanden knockst. Ist okay. Dann haben wir Octane. Octane habe ich mal gehört. Der bekommt kein Doppel, sondern ein Triple Jump. Steht hier nicht. Ich gehe auch davon aus, dass es kein Triple Jump sein wird. Minus 25% Schaden auf sein Stim Damage. Wenn du dir den Boost reinknallst, ist nicht schlecht. Oder 25% weniger Explosiv Schaden. Das ist auch ganz okay. Aber hier tendiere ich wahrscheinlich eher zum Stim. Und Charge, Change, Change, Direction und Double Jump. Du kannst quasi den Doppelsprung, die Richtung wechseln. Das kannst du auch so. Ich habe es jetzt gerade extra nochmal getestet, weil ich total auf dem Schlauch stand. Aber du machst den, du slidest ins Jump Pad rein, fliegst gerade und kannst dann die Richtung wechseln. Das geht vorher schon. Also hier bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll. Vielleicht extremer und weiter, keine Ahnung. Oder, und das haben wir im Launch Trailer gestern gesehen, plus eine ultimative Aufladung im Launch Trailer. Siehst du, dass der seinen Jump Pad schmeißt und mitten in seinem Salto in der Luft schmeißt. Der noch eins richtig, richtig interessant. Also das könnte eine richtig geile, noch bessere Movement-Legende werden. Und wir haben, last but not least, Wraith-Abklingzeit. Der taktischen wird reduziert. Sechster Sinn, Passiv-Triggert. Die Passive wird getriggert, wenn ein Squat in der Nähe ist. Das heißt, normalerweise wird das ja getriggert, wenn von einer Million Kilometern ungefähr, plus minus, dich jemand anvisiert, kriegst du dein Feedback. Wenn aber die Gegner dich nicht sehen, aber die in der Nähe sind, wird das dann schon getriggert. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, wie ich finde. Dann haben wir auf die Ultimate reduzierte Cooldown. Und beim letzten bin ich mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll. Faster Tactical Windup. Schnellere taktische Aufwickeln auf Deutsch. Also die Übersetzung ist bescheuert. Ich gehe davon aus, dass die Cooldown der taktischen reduziert wurde oder du schneller in deinem Face bist. Das kann ich euch leider nicht so genau beantworten. Die Übersetzung ist leider etwas bescheiden. Leute, wieder mal 18 Minuten feinste Season 20 Content. Es wird morgen oder übermorgen, keine Ahnung, ich habe noch ein paar Leaks gefunden, ein paar Gerüchte, ein paar Sachen, die in Season 20 noch kommen sollen, die nicht bekannt waren. Die werde ich euch in den nächsten Tagen noch nachliefern. Schreibt in die Kommentare. Welche Perks fandet ihr am besten? Das war es soweit von mir. Und sorry mal wieder für ein verdammt langes Video. Also Hashtag viel zu lang. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.